Was schreibst du da über mich? Und über Richard, dem du nicht mal an mir in das Wasser rechnen kannst? Und Klaus und Paula, dass ich ohne sie glücklicher wäre? Warum hast du das getan? Weil ich nicht dabei war, als du deine tote Katze abgeholt hast? Du hast meine Familie ruhigiert! Übernimm endlich Verantwortung! Ich habe dir genau das gegeben, was du gebraucht hast! Und mich wärst du immer noch verstricken in dieser sinnlosen Ehe! Was? Du glaubst, ich wollte hier mit dir leben? Du brauchst mich! Du brennst mich ins Gefängnis, ich krieg vielleicht zwei Jahre! Die vergehen wie im Flug! Ich werde dich jede Woche besuchen kommen, Susanne! Wir haben noch ein ganzes Leben zusammen vor uns! Du glaubst, es ist eine Liebesaffir? Eine Beziehung, hm? Was? Kleine, klebrige Goldständer? Und meine Haare in deinem Tagebuch, hm? Wo hast du denn die Objär? Mit dem einer Scheißspinzart-Pinzelt aus dem Waldeck? Ich bin jetzt auf der Laufbahn! Wissen Sie nicht, dass von anderen Leute Tagebücher nicht liest? Das ist privat! Sie sind keine Kumpels! Do you know what's going to happen tonight? You're going to die. Chrissy! He's got a gun. This freak knows everything about your sister's disappearance. And I'm going to get to the bottom of it. I'm going to get to the bottom of it.